Eine Nachricht wie in Stein gemeißelt. Das Gauss-Gymnasium in Schwedt ist die erste Schule mit Glasfaseranschluss in der Uckermark. Somit sind die technischen Voraussetzungen zum digitalen Unterricht geschaffen. Mit einem symmetrischen Down- und Upload von 1000 Mbit pro Sekunde durch ein Via-Produkt der Stadtwerke Schwedt steht ab sofort die volle Bandbreite zur Verfügung. Der Landkreis als Schulträger hegt großes Interesse daran, all seine Bildungseinrichtungen mit einer optimalen technischen Infrastruktur auszustatten.